Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu PHP, mal wieder mit einem Featuring in Hacken. Ja, wir werden uns heute mal wieder mit beiden auf einmal befassen und zwar wollen wir eine SQL Injection durchführen. Das hört sich erstmal mega komisch an. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet für euch. Das ist der Code, den wir versuchen werden zu knacken. Wir haben hier ein simples, stinknormales Input-Form, was einfach einen Username und ein Passwort braucht. Hier beides der Lesbarkeit halber mal auf Text gesetzt. Also nichts besonderes, einfach was, wo man Username und Passwort eingeben muss. Und wenn diese beiden Variablen gesetzt sind, dann verbindet sich eine Verbindung auf den Server und fragt in der Datenbank ab. Und zwar alle User oder generell Username und Passwort des Nutzers, der sich angemeldet hat. Mit seinem Username und seinem Passwort. Also im Prinzip das, was er gerade eingegeben hat, wird ihm auch angezeigt. Erstmal ein total blödeliges Ding, aber da kann man sich natürlich noch viel mehr darunter vorstellen. So, jetzt wird es interessant, wenn wir nämlich jetzt hier eine SQL-Injection durchführen, also im Prinzip zeigen wir dann einfach bloß hier Username und Passwort an, mehr machen wir nicht. Wenn wir jetzt hier eine SQL-Injection durchführen, dann brauchen wir das Passwort gar nicht angeben und können zum Beispiel das Admin-Benutzer-Kennwort rausfinden, was natürlich nicht sein soll. Und das möchte ich euch zeigen, wie ihr das auch verhindern könnt. Okay, wir wechseln mal ganz kurz in meine Datenbank. Ich habe das alles ein bisschen größer gemacht. Es gibt nur einen Nutzer in dieser Datenbank und das ist der Admin mit dem Passwort 12345. Da sehen wir schon den ersten Fehler. Das Passwort ist nicht gehashed, was natürlich total bescheuert ist, aber es soll natürlich auch funktionieren. Okay, das Zweite, was wir sehen können, ist, dass ich hier die Seite schon mal offen habe. Und ja, jetzt aktualisieren wir das einfach und melden uns mal als Admin an. Admin 12345. So, das ist erstmal nur das Statement. Das habe ich nur mal so als einfache Sache rausgebracht. Und mir fällt gerade auf, dass ich hier aus Versehen noch kein, dass ich zwar das Statement ausgebe, aber kein BR hinten dran habe. Das heißt, ich sehe alles ein bisschen komisch doppelt. So, werden wir nachher, ups, ja, hätte ich vielleicht noch Semikolon hinten dran setzen sollen. Werden wir nachher noch sehen, warum wir uns das Statement genauer angucken. Okay, so, wir sehen jetzt hier unten die Ausgabe ist Admin 12345. Okay, jetzt haben wir uns natürlich ganz normal mit dem Passwort angemeldet und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles völlig in Ordnung. Aber, jetzt kommt das Böse. Und zwar, wir sehen hier oben unser SQL-Statement und das knacken wir jetzt. Und zwar geben wir hier einfach mal den Admin ein. Den Username nehmen wir einfach mal an, den kennen wir. Können wir natürlich auch SQL injecten, aber wollen wir gerade mal nicht. Und jetzt machen wir folgendes. Jetzt gehen wir hier hinten beim Passwort hin und geben irgendwas ein. Also, zum Beispiel, ups, zum Beispiel, blub. Dann machen wir dieses Anführungsstrich zu. Und ihr seht, jetzt haben wir theoretisch schon ein Passwort eingegeben. Aber, unsere Anfrage hier geht ja noch weiter. Jetzt haben wir dieses Dollar-Post von Passwort eingegeben. Hinten dran kommt aber noch dieses komische Ding hier. Also, dieses Anführungsstrich dazu. Und das benutzen wir jetzt dazu, dass wir ein wahres Statement, ein immer wahres Statement produzieren in unserem SQL. Also, in unserer Anfrage drin. So, wie machen wir das? Naja, immer wahr oder macht was immer wahr. Also, zumindest kann ein Statement immer wahr werden, wenn es ein oder drin hat. Und jetzt brauchen wir hier hinten eine immer wahre Aussage. Zum Beispiel, a gleich a. So, das ist eine immer wahre Aussage. Und jetzt habe ich euch erzählt, wir haben hier hinten dran nochmal ein Gänsefüßchen, was zumacht. Das heißt, das lassen wir einfach raus. Und jetzt haben wir hier stehen, entweder ist mein Passwort gleich blub oder aber der Buchstabe a ist der Buchstabe a. Naja, der Buchstabe a ist in allen Fällen der Buchstabe a. Es sei denn, wir haben gerade irgendwas ganz komisches gehabt. Und das oder macht, dass es reicht, wenn eine der beiden Bedingungen wahr ist. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was hier passiert. Wenn ich einloggen drücke, steht hier oben mein komplettes Statement, select Username, bla bla bla. Wer Username gleich admin and Passwort gleich entweder blub oder die Aussage a ist a, also der Buchstabe a ist der Buchstabe a, die ist wahr. Und hier hinten habt ihr jetzt gesehen, wir haben dieses Gänsefüßchen hier ergänzt. So, und dann bekommen wir plötzlich auch den Admin 12345 und wir haben das Passwort des Administrators rausgefunden. Das soll natürlich nicht so funktionieren. Das ist eine sogenannte SQL Injection. Kann ich jetzt natürlich auch noch hier vorne für den Admin machen. Das heißt, ich kann hier einfach schreiben, blub zu oder im Prinzip kann ich das hier einfach mal kopieren, so wie wir es hatten. Genau, so. Und das kann ich jetzt bei beiden angeben und ihr seht, wir kriegen jetzt sogar alle Benutzer und alle Passwörter geliefert, denn die Aussage hier vorne ist auch wahr. Naja gut, alle Benutzernamen und Passwörter geliefert zu bekommen, bringt uns jetzt in dem Fall nicht viel mehr, aber in einer normalen Datenbank würde euch das Zugang zu einem Haufen Benutzerdaten verschaffen, die ihr eigentlich nicht sehen dürftet. Und deswegen sind SQL Injections so gefährlich und wir müssen hier schauen, dass wir das ein bisschen besser machen. Und zwar, was wir jetzt machen ist folgendes, wir preparen ein Statement. Das heißt, wir brauchen etwas Neues. Also ihr habt es hier, wir benutzen hier dieses MySQLi und da gibt es über Con, müssen wir nicht direkt Query machen, sondern wir müssen hier oben noch ein bisschen was verändern, damit wir diese Statements preparen können. Also mit dem MySQL Real Escape String heißt er glaube ich, funktioniert das Ganze auch wunderbar. Das Problem ist, dass der mittlerweile deprecated ist und das bedeutet, er ist veraltet und man sollte ihn eigentlich nicht mehr benutzen. So, okay, was ich jetzt mache ist folgendes. Ich lösche erstmal hier den Kram und ich lösche den Kram hier. So, okay, und jetzt haben wir die Schwachstelle schon ein bisschen beseitigt. Naja gut, der User kann halt keine Variablen mehr angeben, aber das ist halb so wild, man muss ja ein bisschen was in Kauf nehmen. Naja, man braucht jetzt hier auch diese Anführungsstriche nicht mehr, aber wir müssen angeben, wo der User nachher seine Variablen angeben kann oder wo wir das im Nachhinein noch machen können. Und das macht man mit einem Fragezeichen. So, und jetzt ist mein SQL auch kein String in dem Sinne mehr, sondern ein vorbereitetes Statement. Das heißt, wir machen hier ein Connection Punkt oder File Prepare. Das bedeutet so viel wie, wir schicken das Statement schon mal an den Server und fügen im Nachhinein nur noch diese Fragezeichen ein. Und was da deswegen passiert, ist folgendes. Alles, was wir im Nachhinein noch liefern, wird nicht mehr als SQL Statement betrachtet, denn das ist schon komplett fertig durchgeführt. Es wird nur noch als Variable betrachtet, sprich als String in unserem Fall, weil wir ja einen Username und Passwort angeben wollen. Und ein String wird nicht mehr als SQL Statement betrachtet. Das heißt, wenn ich hier jetzt mein OR1 gleich 1 oder 0 gleich 0 oder wie auch immer angebe, dann wird es als Teil des Benutzernamens gesehen. Und das soll ja auch so sein, denn der Name OR1 gleich 1 ist jetzt vielleicht ein bisschen abwegig, aber kann auch ein Benutzername eigentlich sein. Nein, das ist ziemlich cool. So, was wir jetzt hier machen, ist folgendes, wir binden erstmal die Parameter und das ganze Zeug hier wird sich alles ändern. Im Prinzip wollen wir nachher nicht mal mehr die Connection closen, sondern unser Statement hier. So, was wir jetzt hier machen, ist, wir binden in dieses SQL jetzt im Nachhinein diese Parameter. Das heißt, wir sagen SQL bind param und hier geben wir an, was wir gerne binden würden. Also wir in unserem Fall, das hat jetzt nichts mit Nazis oder sowas zu tun, wir wollen zwei Strings binden. Naja gut, wenn wir ein Integer hätten, wäre es ein i, wenn wir ein Float hätten, wäre es ein f, aber in unserem Fall sind es halt zwei Strings. Okay, und zwar einmal der Username, den kriegen wir über $-Post-Username und das zweite ist das Passwort, das kriegen wir über $-Post von Passwort. So, bad practice übrigens, wir sollten die Passwörter in jedem Fall hashen, das ist ganz, ganz wichtig, aber das habe ich euch ja schon mal gezeigt und gesagt. In unserem Fall ist es natürlich dann, soll die Schwachstelle verdeutlichen, um genau zu sein. Okay, jetzt wollen wir dieses Statement tatsächlich ausführen, $SQL execute. So, das führt das Statement aus, das war es schon. Und jetzt müssen wir das Ergebnis irgendwo drin speichern. Naja, okay, wie machen wir das? Wir sagen $SQL und dann bind param, äh nicht bind param, bind result. Sorry, bind result und zwar in eine Variable, nämlich $RES-User oder sowas und dann noch eine zweite Variable, denn wir wollen ja den Username und das Passwort $RES-Post. So, okay, und jetzt können wir das ganze Zeug auch ausgeben, indem wir einfach sagen, while $SQL Fetch, also nicht mehr Fetch Associate oder sowas, sondern einfach nur noch Fetch. Ähm, ungleich, oder im Prinzip, solange es true ist, also im Prinzip könnten wir es sogar so laufen lassen. Ähm, die Klammer nicht vergessen. Echo, so, was wollen wir ausgeben? Einmal das hier. Dann wollen wir ein bisschen leer zwischendrin haben oder vielleicht sogar Pfeil, äh, Bindestrich. Und dann wollen wir den Result Pass haben. Dann, okay, so. Und jetzt haben wir im Prinzip alles gemacht. Jetzt müssen wir die Verbindung wieder schließen und das machen wir nicht mehr über Connection, sondern über $SQL-Pfeil Close. Das ist jetzt das neue, im Prinzip haben wir hier eine Unterverbindung geöffnet, die wir auch wieder schließen müssen. Okay. So, wenn wir das Ganze jetzt mal ausprobieren, dann sehen wir hier, das ist die Seite, ähm, wir geben einfach ein Admin und 12345 und schon ist das Admin-Passwort da. Aber, wenn wir jetzt hier den Admin eingeben und hier sagen, wir haben, naja, keine Ahnung, ähm, wir geben mal wieder das Passwort blub ein. Achtung, wir haben hier keine Anführungsstriche mehr, das heißt, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wir können einfach eine, eine wahre Aussage reinschreiben, also sowas wie OR 1 gleich 1. Dann sehen wir, es passiert gar nichts, weil dieses OR 1 gleich 1 wird jetzt als Teil des Passworts interpretiert. Das kann ja durchaus in Passwort vorkommen, das ist schon okay. Ähm, und ja, das geht jetzt alles nicht mehr und deswegen sind wir so gesehen sicher gegen SQL-Injections. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt viel davon mitnehmen können. Ganz, ganz wichtig, dass ihr solche Sachen bei euch auf der Website begünstigt, denn SQL-Injections sind, soweit ich weiß, immer noch der häufigste Angriff heutzutage. Das muss man sich mal überlegen. Es ist total einfach, mittlerweile dieses SQL-Injection zu verhindern, aber es ist trotzdem noch so weit verbreitet. Naja, ich hoffe, ihr macht es besser und, ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.